Hey, willkommen zu Life Spirit. Wenn es um Life Spirit geht, geht es um das Wichtigste überhaupt in deinem Leben. Es geht um das Wesentliche. Es geht um deine Persönlichkeit und unser Thema heute heißt deine Grundhaltung. Wir hatten ja beim letzten Mal das Thema von Subjekt Wahrnehmung und das hat mit Grundhaltung zu tun. Und deine Grundhaltung ist immer, immer entscheidend. Ja und wir waren ja und sind bei dem Thema von, was ist Entwicklungsmodus? Also was gehört dazu, um wirklich zu lernen, sich zu entwickeln? Und da ist Neugier nun mal etwas Entscheidendes. Neugier heißt, ich bin offen, ich bin hungrig, ich gehe raus aus diesem Rechthaben und du erkennst Rechthaber. Wetten, du kennst Rechthaber? Wetten? Na klar kennst du Rechthaber. Das sind die, die fragen dich, du sag mal Hubert, Eleonore, wie warst du denn im Urlaub? Du nimmst das auch noch ernst, die Frage. Erster Fehler bei vielen Menschen, die fragen zwar, nur die wollen gar nicht wissen, was du antwortest. Das sind einfach nur Phrasen. Also gefährlichste Frage ist, wie geht es dir? Also die Frage und dann nicht zuhören. Die Frage, wie warst du im Urlaub? Dann fängst du an zu erzählen von dem wunderbaren, dich erfüllenden, ekstatischen Urlaub, den du noch nie so schön erlebt hast. Oh, also du bist in Euphorie. Jetzt kommt's. Hab ich live erlebt. Ja, aber da war ich auch schon. Und ich muss dir sagen, das war verdammt teuer, Service war schlecht und Essen kannst du echt vergessen. Wow. Kennst du das Gefühl? Ich hab's erlebt, öfter schon. Du bist nicht so frustriert. Du möchtest direkt das Gespräch, wenn du nicht höflich wirst, abbrechen. Warum? Weil du was merkst? Da ist jemand, der ist nicht offen. Der nimmt dich nicht wahr, sondern es geht nur um seine persönliche Perspektive und um sein Ego recht haben zu wollen oder dich zu korrigieren. Dann bist du einfach für ihn Energielieferant. Er ist ein Energiezieher. Kennst du Energiezieher, die dich nur benutzen, um selbst sich zu erhöhen oder zu bereichern? Steige auch sowas aus. Also Entwicklungsmodus heißt, raus aus diesem Rechthabenmodus und achte du bitte drauf, dass du keine Rechthaberin bist. Denn das ist letztendlich asozial. Es ist nicht entwickelnd. Es limitiert dich und es limitiert genauso all deine Beziehungen. Und welche Worte signalisieren das? Jetzt bin ich nun mal in dem Thema seit 35 Jahren Mentor. Und Worte sind so entscheidend. Und ich erlebe so viele Führungskräfte in Verantwortung. Übrigens Führungskräfte. Wer ist eine Führungskraft? Das ist die Mutter, der Vater, das ist der Pate, der Partner und eben auch klassisch die Führungskraft. Also letztendlich, wir alle sind Führungskräfte, denn eine steht fest. Du führst vor allem einen Menschen schon mal zunächst. Dich selbst, richtig? Also Selbstführung ist ja die erste Art und die wichtigste einer Führung. Und da versagen schon viele Führungskräfte, weil sie sich selbst nicht gut führen können. Korrigiere mich. Das heißt, dass du Worte vermeidest, die letztendlich destruktiv sind. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spass weiterhin. Die energieziehend sind, die abbauend sind, die mit Life Spirit, mit Lebensgeist wirklich nichts zu tun haben, eher Ungeist sind. Und es braucht Menschen, die einen guten Geist in der Welt tragen. Menschen, die den Unterschied machen. Und dafür bin ich hier. Dafür ist Life Spirit da. Dafür ist diese Sendung da. Jede Woche aufs Neue. Und ich freue mich riesig, wenn du immer dabei bist. Warum? Weil wir brauchen Penetration des Guten. Wie oft bekommst du gutes Futter? Geistig meine ich. Viel zu wenig. Wer gibt dir gutes Feedback? Viel zu wenig. Wer kann das? Viel zu wenig. Dafür ist diese Sendung da. Und ich freue mich über jede Rückkopplung. Über jede Ermutigung. Denn das ist für mich ein Dienst, den ich auch als Missionsbischof, ja, als Seelsorger einfach dir schenken will. Weil du mir wichtig bist. Ja, auch wenn du jetzt zuschachst, haben wir eine Beziehung. Glaub mir es. Und ich schätze dich wert, dass du die Zeit investierst. Dass du nur weißt, wie Grundhaltung ich habe. Weil du bist ein Herzensmensch. Du bist einmalig. Das ist mein Grundglaube. Und deswegen sitze ich hier und investiere die Zeit. Du sollst nur wissen, das ist mir wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Das hat für mich eine Bedeutung, wenn ich hier sitze. Weil Zeit ist kostbar. Und für mich ist diese Zeit gut investiert, weil du zuschaust. Und ich glaube an dich. Und das solltest du auch. Heißt gleichzeitig, dass du dich nicht zufrieden geben solltest mit minderwertigen Dingen. Bitte nicht, dass du wieder aufwachst, wenn du hier mit mir unterwegs bist. Ich hoffe, die nächsten Jahre. Weil ich gebe nicht auf als Marathonläufer, der ich auch bin. Ich gebe nicht auf. Ich habe gelernt, durchzuhalten. Und du wirst sicher immer wieder in dieser Sendung auch Geschichten hören von mir, die mich geprägt haben. Sonst würde ich nicht hier sitzen und glaube, ich habe Dinge erlebt, die wirklich dramatisch sind. Und ich war in Depression. Nur ich sitze jetzt hier. Warum? Weil ich eben, nicht aufgegeben. Warum? Weil ich sage, hey, das Leben, und das hat meine Glaubenssätze ja auch am Schluss verändert, ist kostbar. Ich bin wertvoll. Und jetzt bist du nun mal. Und das ist meine Mission. Eigenes Potenzial. Und das Potenzial von dir bestmöglich zu entfalten. Das ist meine Lebensmission. Nichts anderes kann ich. Ich hatte meinen Freund, der gesagt hat, Thomas, du machst immer schon dasselbe. Frag ich, was denn? Ja, Menschen entwickeln. Ja. Warum? Ich kann nichts anderes. Nur das kann ich. Und wenn ich das kann, und es ist meine Leidenschaft und meine Kompetenz, dann soll ich es tun, oder? Wir kommen auch demnächst auf das Thema Mission. Das ist ja wichtig, wenn es um Life Spirit geht, um Lebensgeist. Um was geht es denn sonst? Um den stärksten Geist, den dieses Leben ermöglicht. Das Leben ist nun mal wirklich einmalig. Und das heißt, dass du in allem, was du denkst, in deinen Grundhaltungen, in allem, was du tust, eine Verantwortung hast. Du hast die Verantwortung. Wer sonst? Gib die nicht weg. Du hast 100% Verantwortung. Du gibst Antwort. Und hör auf, die zu delegieren, woanders hinzuschieben. Egal, was andere machen. Du entscheidest immer selbst, wie du reagierst, oder? Also es heißt, dass du hier in der Art, wie du kommunizierst, auch eine Sprache vermeidest, die minderwertig ist. Was sind das für Worte? Ja, aber. Ja, aber. Ich gebe dir ja recht. Aber. Kennst du das? Super, oder? Also, Schatz, liebst du mich? Beste Frage. Antwort, beste Antwort eines Mannes? Eigentlich schon. Ist das nicht geil? Eigentlich schon. Und was kommt jetzt? Ja, komm, du weißt, was jetzt kommt. Aber. Und dann kommt meistens der Zeigefinger nach oben noch und die Augenbräume. Aber ist eine, muss ich schon mal sagen. Oder, kennst du das? Ja, ich will ja nichts sagen, ne? Über den Hugo da drüben. Aber. Ja. Jedoch. Jedoch, muss ich sagen. Im Prinzip schon. Aber. Jedoch, obwohl, wobei. Ich sehe es ganz anders. Ich habe eine ganz andere Meinung. Super. Was zeigen diese Worte? Was zeigen die? Ob du willst oder nicht? Die zeigen, dass du auf Distanz gehst. Dass du dich durchsetzen willst. Und jemand, der im Bewusstsein ist, der erkennt das. Die meisten spüren das. Und das Spüren reicht ja schon. Warum? Du wirkst in diesem Moment nicht sympathisch. Nicht gewinnend. Nicht überzeugend, sondern eher limitiert. Der Impuls für dich. Schau, dass du deine Worte, du merkst, es gibt keine Kleinigkeiten. Es gibt keine Kleinigkeiten. Dass du deine Worte neu überdenkst. Wir sollen zu Ende denken. Was habe ich für eine Beziehung vor mir? Was habe ich für einen Menschen? Und wie sollte ich mit diesen Menschen sprechen? Damit es eine gute Beziehung ist. Das ist Weisheit. Weisheit, die wichtig ist in unserem Leben. Weisheit heißt was? Weisheit heißt, ich mache aus der Situation für mich, für das, was ich tue oder für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, einen Mehrwert. Und Dummheit ist, ich baue Minderwertigkeit auf. Minderwertigkeit heißt was? Dass mein Leben minderwertig gestaltet wird von mir. Kann man tun? Ja, ist ja alles erlaubt. Wenn ich halt Masochist bin, kann ich es tun. Also Masochist heißt, ich quäle mich selbst und ich sorge dafür, dass es mir nicht gut geht. Das ist ungefähr das Dümmste, was ein gesunder Mensch machen sollte mit seiner Lebenszeit. Also, raus aus Recht haben, hin zur Neugier. Und das heißt Offenheit. Offenheit heißt demütig sein. Was ist Demut? Demut heißt, hey, ich bin nicht in aller Arroganz und glaub mir, wie oft erlebe ich genau diese Leute, die da sitzen, ja, hoch erhaben natürlich, hoch selbstsicher, ja, die Maske auf, hart gefroren und Distanz ausstrahlend. Meinst du, das überzeugt mich? Ich habe ein Beispiel dazu, ich werde es nie vergessen, als ich einen Professor hatte im Mentoring, der zu mir kam und eine halbe Stunde, wollte er mir die Welt erklären. Eine halbe Stunde lang. Ich sage immer, Thomas, du hast heute einen guten Tag, du hast heute Morgen Sport gemacht, was ich übrigens jeden Tag mache, du hast meditiert, was ich übrigens jeden Tag mache, du hast gebetet, was ich übrigens jeden Tag mache. Also, hey, du bist gut entspannt, hast doch schon zwei Espresso. Ich liebe Espresso übrigens, wie du siehst, ist einfach, ja, da bin ich ein kleiner Junkie, ich liebe so einen Espresso am Morgen. Das gibt mir einfach einen guten Speed und, ja, bringt mich gut in Bewegung. Also, so nach einer halben Stunde denke ich mir, okay, so langsam, ich sage, soll dich jetzt mal eingreifen oder steuern, dann kommt seine Partnerin. Wow, auch eine Top-Managerin. Denkt mir, okay, kann er jetzt vielleicht zu Ende sein, der Monolog? Nein, es geht genau so weiter. Ich denke, Thomas, das ist jetzt nicht wahr. Und genauso, nach 45 Minuten, ungelogen. Denkt mir, okay, jetzt ist gut mit der Zeit, jetzt langsam wird Schmerzensgeld, was ich ungern bezahlt bekomme. Also sage ich mir, pass auf, ganz kurz, ich denke, es reicht jetzt und ich übernehme jetzt mal. Hey, die Reaktion hättest du sehen sollen. Sie, oh oh, ich was? Oh oh, sagt sie. Ich denke, okay, jetzt kommt's, jetzt kommt's, das Haus ist raus. Also, sagt sie, da sind ja jetzt drei Alphas im Raum. Wir haben ja drei Alphas. Meine Reaktion? Ne, hier im Raum sind nur zwei Alphas. Kurze Kunstpause. Sie und sagen dir, hä? Ich bin Alpha-Alpha. Und das ist im Leben wichtig, dass du ein Alpha-Alpha bist. Nicht auf der Ebene von, wer ist der bessere? Hahnenkämpfchen, ne? Zickenkrieg. Nein! Das ist doch klein. Das ist doch Ego. Das ist doch nicht gut. Demut heißt, ich komme raus aus diesem arroganten Modus. Ich bin entwicklungsorientiert. Demütig heißt, ich bin offen und ich bin auch in einer Haltung, die heißt, ich bin bereit, mich in eine lernende Haltung zu geben, wie ein Kind. Ich bin dankbar, demütig und dankbar. Zwei wunderbare Tugenden, die so wichtig sind, um ein starkes Leben zu leben. Und beim nächsten Mal unterhalten wir uns genau darüber weiter. Nämlich über diese Modizis von stärkster Entwicklung. Ja. Und bleib da dran. Denn das Leben ist nun mal, dein Leben ist einmalig. Wirst du wirklich nicht einmalig leben? Und wir sehen uns genau nächste Woche wieder. Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort, gleicher Typ. Und wenn du jemanden suchst, der dich wirklich fordert, herausfordert, der weiß, wie das geht, der dich nicht schont. Ja, Schonhaltung mag ich nicht. Bringt nichts. Wachstum beginnt immer im Reizbereich, von Anstrengung. Dann such den Weg zu mir. Und wir gucken dann, was machbar ist. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Nächste Woche, dein Thomas. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen. Aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengespielt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnten. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.